Hallo, wir sind hier auf der Finca Olga in Calamorada. Wir waren jetzt am Ballermann-Urlaub, haben jetzt allerdings unseren Erholungsurlaub hier angetreten. In Strandnähe, mit Leiauto, eine Top-Finca, top ausgestattet und allen gefällt es hier, bei Sport und Spiel, wie man sieht. Vielen Dank, Finca Lorca! Finca Lorca. Urlaub dir was.